Im neuen Monat Juli schauen wir uns wieder 5 sehr gute Apps an, die es alle kostenlos für Android und iPhone gibt. Die Links sind wie immer unten in der Beschreibung. Mit der App Fuse kann man interaktive 3D-Bilder aufnehmen und mit Freunden teilen. Die Motive wirken dann viel interessanter und der Betrachter bekommt einen besseren Eindruck. Zum Aufnehmen eines eigenen 3D-Bildes benutzt man die in der App integrierte Kamera-Funktion und dreht sich während der Aufnahme um das Objekt. Beim Anschauen muss das Smartphone dann gekippt werden, um sich dreidimensional im Bild zu bewegen. Die App ist gleichzeitig, ähnlich wie Instagram, ein soziales Netzwerk für 3D-Bilder. Man kann aber auch seine Bilder über einen Link an Freunde verschicken, die sich das dann, ohne die App herunterladen zu müssen, interaktiv anschauen können. Auf älteren Smartphones mit schwacher Rechenleistung wird die App leider nicht einwandfrei laufen. Die nächste App namens AmpMe ist dafür da, um einen lauteren und besseren Sound beim Musikhören aus euren Smartphones herauszuholen. Angenommen ihr sitzt mit ein paar Freunden im Park oder am See, dann könnt ihr mit dieser App alle eure Smartphones verbinden und synchronisiert die gleiche Musik abspielen. Einer muss eine Party starten und Musik auswählen. Die anderen können dann da beitreten, wodurch synchronisiert die gleiche Musik abgespielt wird. Lumire ist eine App, mit der man Fotos mit passenden Animationen zusammenbringen kann und dadurch entsteht quasi ein Mix aus Bild und Video. Diese könnt ihr dann zum Beispiel auf Instagram oder in den Messenger-Apps teilen. Das Ganze geht in der App sehr einfach. Entweder ein neues Bild machen oder eins aus der Galerie auswählen. Danach könnt ihr einen passenden Effekt auswählen. Wenn ihr hier unten rechts tippt, könnt ihr auch noch viele weitere Animationen herunterladen. Danach das Werk einfach speichern und teilen. Send Anywhere ist in meinen Augen die beste App, um auch größere Dateien wie Videos zwischen verschiedenen Geräten hin und her zu schicken. Ihr könnt zum Beispiel Dateien von eurem Smartphone zum Smartphone eines Freundes schicken oder auch ganz bequem ohne Kabel Dateien zwischen Handy und Computer austauschen. Ohne Registrierung kann man die App benutzen und sofort Dateien sicher senden und erhalten. Entweder indem man sich den angezeigten Zahlencode austauscht oder einen Link verschickt. GIF-Bilder können in immer mehr Chats verschickt werden. Die größte und beste Auswahl an Bewegtbildern findet ihr in der App Jiffy, wo ihr nach den beliebtesten, nach verschiedenen Kategorien und auch nach einem Suchbegriff das passende Giftbild finden und anschließend gleich teilen könnt.